Ey, immer nur Autos hier, nur Autos! Verpisst euch doch alle hier mit eurem idiotischen Scheiß! Ich will einfach alleine sein jetzt! Hier ist schon wieder einer vor mir jetzt, Alter! Ja und damit alle herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 4 auf dem PC-FU-R111. Wir machen direkt weiter mit den Blitzern, die uns noch fehlen. Um das Let's Play langsam aber sicher abzuschließen. 217 kam er auf dem Gelände, ich weiß nicht. Wir können es gerne probieren mit dem. Ansonsten müssen wir dafür den Forza gerade ziehen. Da planen wir hier in dieser Folge die Blitzer auf jeden Fall schon mal beenden. Zu beenden, dass wir auf jeden Fall dann mit den Blitzerzonen weitermachen können. Um dann zu den Sprüngen überzugehen, dann zu den Driftzonen und dann war es das ja auch schon eigentlich. Ja, dann ist hier noch eine Kurve, Alter, ja. Aber gereicht, perfekt. So geht's schon mal gut los, können wir direkt weitermachen, so. Den Trend hier direkt fortsetzen. Oh, 217, 50, aber auch kein Ding für uns eigentlich. Ja, wobei die Straße da oben ist auch safe verschneit, oder? Den weiß ich nicht. Ja, natürlich. Natürlich! Da sind Kurven dazwischen jetzt natürlich nicht so schön, muss man sagen. Reicht! Drei Sterne sind okay, mehr wollen wir gar nicht haben. So, hier oben nochmal so eine Kackstraße. 280 will er da haben. Oh, Gott! Na gut, müssen wir ja probieren. Das bringt ja nichts. Ja, die Kurve davor ist, glaube ich, das Problem so ein bisschen. Es ist echt ein Problem hier. Wie soll man denn sowas bitte fahren? Ne. Das reicht ja nicht. Und diese Kurve, die kriegen wir auch so nicht hin. Wir können es höchstens gerade probieren, aber auf diesem Gelände, da kriegen wir doch keine 200 hin, Alter. Oh, doch, hat gereicht. Geil! Als ob das geklappt hat. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber so kommen wir immer noch voran. Wir brauchen 330. Wir brauchen 330. Okay. Müssen wir unser Glück probieren? Hey, überall diese Scheißstraße im Winter ist es einfach nur belastend. Wir müssen so oft kurz vor 300 beschleunigen und dann nochmal voll durchziehen. Nach der Kurve irgendwie dann. Nee, auf gar keinen Fall. Das reicht nicht. Ah, zu langsam. Äh, müssen wir die ganze Kurve schon schneller anfahren. Digga, er lenkt nicht. Lenkung ist nicht da. Ei, 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 ei. Ah. Ey, dieser... Dieser Schnee und die Autos auch, Alter. Die sind so nervig einfach. Es gibt es nicht. Warum Winter? Es nervt doch nur. Warum können die Straßen nicht einfach... Es wäre so einfach. Aber nein. Da kommt diese Kackkurve. Ich kann die doch so nicht durchfahren. Also schon wieder so viele, Alter. Ja. Sicherlich. Nein! Glaub's nicht. Ey. Jetzt misst du schon wieder nicht. Digga, 337, ne? Digga! Kannst du mal jetzt aufhören mit diesem Scheiß? Und messen! Hallo! Ey! Ey, du Bastard! Verpiss dich doch mal, du Schild! Junge, wie oft muss ich das noch machen? Ey, das kann doch einfach nicht wahr sein. Er macht's ja immer von vorne! Ey, so eine Scheiß-Engine! Einfach nur Schrott! Jetzt kannst du auf den Müllhaut hier! Jetzt ist es weg! Jetzt ist es weg! Ey, das ist... Kannst du so in die Tonne treten, dieses Game, Alter? Was... Wer findet so eine Scheiße? Und jetzt bin ich wieder nicht schnell! Und ja, nein! 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 Einfach nein! Ey, du bist... ...so ein dreckiger Hundeficker! Hilfkammer verdrängen, ey! Du bist so ein dreckiger Wichser! Alter! Habe ich gerade Hass auf das Game! Nein! Wer stresst jetzt schon wieder? Ich habe schon wieder meinen Discord nicht weggemacht! Alter! Es ist so schmerzhaft! Aber ich habe ja mein Handy dafür! Mal ganz kurz! Das war ja klar! Junge, warum ist die Handy-App auch schon wieder so scheiße? So... Ey, wieso bin ich denn jetzt immer schlechter? Junge, ich hatte drei Schweiß, wo ich mit 340 da lang gefahren bin! Es kann einfach nicht wahr sein! Es kann einfach nicht... Ey, ich... Ey, dieser Schnee ist scheiße! Das Spiel ist scheiße! Weil ihre Scheiß... Weil die ihre Kack-Technik da nicht in den Griff kriegen! Wer programmiert so einen Schrott? Es kann doch nicht sein, dass man immer warten muss, bis die Scheiß-Engine durch ist mit ihrem qua-komischen Gedönster, bevor man wieder einen Kack-Blitzer fahren kann! Es ist bescheuert! Ich will hier schnell durchkommen, aber dieses Spiel macht alles! Dass es nicht geht, Alter! Es ist echt so eine belastende Geschichte! Kann man etwas so dermaßen... Ja, du Wichser, du Auto, Alter! Muss da jetzt ein Scheiß-Level 31 Scheiß-Audi rumfahren! Es ist wieder... Ja, Mann! Ihr verpisst euch doch einfach mal alle, Alter! Warum müsst ihr mich immer nur nerven? Ey, die KI ist zu nix gut! Zu nix! Warum kann ich dich einfach ausschalten? Ey, Junge, verpisst euch! Ihr seid in meiner Ideallinie, Alter! Und die tauchen immer wieder auf! Egal, was ich mache! Wenn ich neu erfahre, spawnen dann neue! Ey! Ey, heute... Ey, ich komm hier mit 340 an der Scheiß-Kurve an! Verpisst euch doch mal! Heute ist echt... Ey, ich... Ja, klar fahr ich von hier an, Alter! Ey, es ist so bescheuert! Warum schaffe ich es denn jetzt nicht mehr an dem Audi vorbei? Beim ersten Mal hat es so geklappt! Ich lande immer exakt beim Audi, ey! Junge, könnt ihr euch mal von meiner Scheiß-Lattrichte verziehen, ey! Es ist bescheuert! Ey, immer nur Autos hier! Nur Autos! Verpisst euch doch alle hier mit eurem idiotischen Scheiß! Ich will einfach alleine sein jetzt! Hier ist schon wieder einer vor mir jetzt, Alter! Muss ja noch vor der Kurve überholen, Alter! Ja, da ist schon wieder einer aufgetaucht! Ja, jetzt bin ich schon wieder nicht... Warum sind da schon wieder welche? Es kann nicht... Die wenden! Ja! Weißt du was, Alter? Fick dich mit deinem Bastard hier, Alter! Ich mach den Blitzer jetzt nicht! Das kann doch nicht wahr sein! Das ist doch so bescheuert! Der Winter ist scheiße! Die KI ist scheiße! Also... Das ist das Lächerlichste, was ich erlebt habe! Da kann... Also... Sorry, ne? Aber... Spiel... Das ist richtig... Also... Das ist mit das schlechteste Feature, was ich jemals erleben kann hier! So, also... Das mit den Jahreszeiten war das schlechteste Feature, was... Was sie in Vorseiten einbauen können! Ganz ehrlich, das nervt nur! Und mehr wird's nicht machen! Ja, schon wieder hier! So eine Kack-Kurve! Ja, ich krieg den Wagen aber nicht mehr auf 241! Okay, doch! Äh, das... Das ging bei dem Blitzer, aber das ist ja auch schon die beste Richtung, oder? Ich komm doch hier genauso wenig rum! Wir können's ja nochmal von hier probieren! Nämlich die KI da wenigstens mal nicht nervt! Das... Das kann einfach nicht sein! Ja, klar! Also, bei der Mechanik haben sie sehr, 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 sehr viel zu tun, auf jeden Fall! Bei dem Spiel, da gibt's so viel Verwässerungspotenzial, ne? Das gibt's gar nicht! Äh... Man, liebe ich die Modi! Nee, guck dir die Kurve an, Alter! Was willst du hier machen? Naja, wieder am Scheitelpunkt steht jemand! Warum ist immer da genau einer, wo man ihn nicht gebrauchen kann? Ja, Digga, die Kurve, die kriegst du auf gar keinen Fall hin, Alter! Äh... Ja, okay, Moment! Können wir mal gucken jetzt hier, das war... Naja... Ja, Junge, was... Also, es ist halt... Nein! Ja, komm! Ja, er zählt da schon wieder, ne, äh... Es kann halt einfach überhaupt nicht wahr sein! Ich muss doch nur einmal... Ich hat's schon! Er hat's nur nicht gezählt! Weil die Mechanik, das ist auch so wieder das doof! Du musst immer warten! So, einmal! Jetzt bin ich zu langsam, oder was? Jetzt bin ich zu langsam! Einmal, wo keiner da war! Und jetzt bin ich zu langsam! Ich könnte ausrasten! Ich wollte in dieser Folge mit den Blitzern fertig sein! Denn jetzt hängt mich die Hälfte der Erfolge an einem fucking Blitzer! Ja, wegen die drei kmh, die mir da fehlen! Es ist doch lachhaft und lächerlich zugleich! So, guck mal, da ist jetzt keiner! Und da spawnen wieder direkt welche! Er spawnet wieder direkt! Ja, guck doch mal, wie... Warum? Warum, Alter? Ey, guck's dir doch an! Die machen's mir doch echt unmöglich! Ey, ich bin echt auf Verzweifeln hier! Es ist... Es kann... Wie kann man... Etwas so verkacken? Ja! Genau, Alter! Gen! Ey, ich war so lange nicht mehr so sauer auf irgendein Spiel, ne? Es ist unfassbar! Wie kann man so scheiße... Programmieren! Es waren Kindergartenkinder, die das hier gemacht haben! Oh, meine Hand! Das kann echt nicht... Jetzt reicht's schon wieder nicht, oder was? Aber ganz ehrlich, fick dich, Alter! Ich mach das wann anders! Ey, das ist jetzt der letzte hier... Ne, in der Stadt waren da noch einige, ne? Ne, sind auch noch ganz viele! Das ist lachhaft! Lachhaft bis zum... Geht nicht mehr, Alter! Das ist das lächerlichste, was ich erlebt habe, in allen Vorschlägen-Spielen nicht gespielt habe! Gut, war's war's für heute, der dritte und der vierte Teil, aber es sind trotzdem eine Menge Folgen... Und es ist das Lachhafteste! Ja, kein Wunder, dass die da halt 400 fahren bei den Blitzern, weil die da mit Fullspeed um die Krugel rumkommen! Aber ich hier im Winter mit der Scheiß-Stehstraße und dass man die Jahreszeit nicht wechseln kann, das ist einfach eine Frechheit! Es ist so lachhaft, Alter! Es ist einfach... Es ist so lachhaft! Wie oft muss ich mich noch beschweren? Warum lässt sich die Scheiß-Jahreszeit nicht ändern? Das ist das Blödeste! Ich hätte überhaupt kein Problem! Wenn man jederzeit Jahreszeit wählen könnte, die geht! Ich google das jetzt in der Aufnahme, Alter! Ohne Scheiß! So, Forza Horizon 4, Jahreszeit wechseln, Einzelspieler-Modus! Das gibt's nicht! Wie wechselt man? Mit oben irgendwann der Counter! Wenn er zu Ende geht, ändert sich die Jahreszeit automatisch! Das geht automatisch! Ja! Es geht nicht! Wirklich nicht! YouTube-Video vielleicht? Mal gucken hier, ich muss den Desktop-Signal mal muten, weil sonst... Und das ist ja auf, da hab ich gar keinen Bock drauf! In den Rennen kann man's immer ändern, ne? Es geht echt nicht, ne? Na hier, Shared Open World lässt sich abschalten! Ja, dann sagt er aber nicht wie! Toll! Wahnsinn! Das ist ja wirklich ein Verrat! Ist das! Das ist ein Verrat! Das ist lächerlich! Es fuck! Alter, ist das! Das heißt, ich muss jetzt theoretisch auf die Frühlingssaison warten, um den Blitzer zu schaffen, oder was? KI lässt sich natürlich auch... Also, ne? An den Spieler wurde null gedacht! Sagen wir's mal so, wie's ist! Guck mal! Wie das easy ist, einfach auf dieser scheiß Straße hier! Ich weiß nicht, ob's was ändert, wenn wir hier Winterreifen draufziehen! Können wir natürlich gern probieren! Mehr wie besser werden können wir ja dann auch nicht! So, jetzt fehlen ja... Eigentlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, sind diese drei Blitzer! Und dieser eine fucking Scheiß da, das einzige, was noch fehlt! Da sind wir ja doch noch im Zeitraum! Aber das, also... Okay... Machen wir die drei noch fertig, probieren den dann nochmal und dann... Ja... Oh, Alter, was ist das? Es... Ich glaub, so oft wie in dieser Folge hab ich mich noch niemals aufgeregt in Forza! Weil ich auch einfach keinen Grund hatte! Es ist so ein schönes Spiel, aber... Gibt ihr den, Alter, da... Versteht doch noch nicht mal was von Verkehrsregeln hier, Alter! Ne! Alter! Jetzt... Hier genauso! Ja, mach doch weg! Dass sie doch immer genau dann auftaucht! Hey, willst du dich noch an den XJ, den wir gefunden haben? Hab ihn repariert! Er steht im Fuhrpark und wartet auf dich! Fick dich! Alter, die KI ist so schlecht in dem Spiel, Alter! Ich quatsch! Ich quatsch! Warum mach ich das alles hier überhaupt, Alter? Der Vollständigkeit halber, ja, ist ja schön! Oh nein! Mach mal, bisst du dich alle! Bitte! Ja! Ach, ist ja lächerlich! Er will bestimmt viel haben! Ich bin zufrieden... Ich bin zufrieden... Ich bin zufrieden... Oh nein! Oh! Oh, oh! 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 gut also noch perfekt in der zeit geblieben der einzige fucking blitzer jetzt noch ordentlich fehlt wir setzen uns jetzt mal weiter hinten ab in der hoffnung die ki die vor mir spawnt habe ich bis zur kurve längst überholt ok da fängt die scheißstraße halt an so eine lachhaftigkeit spawnt da die ganze leute ne der verlausten ratten alter spawnt immer mehr jahr schon wieder welche wieder junge vier autos wieder direkt in der kurve als ob sie um jeden preis alles verhindern wollen was ich hier machen will einfach nur schön einmal fix hier um die kurve ne es kann nicht euer ernst sein ok das ist jetzt schon mal ganz geil ja komm jetzt haben wir einmal und nur weil ich von dem einen typen so geistig seite gedrückt worden das war's wieder für diese folge alle blitzer sind mit drei sternen erledigt das geschafft zu haben was man machen wollte in der nächsten folge werden wir dann anfangen die blitzer zonen zu machen von denen es leider auch sehr 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 viele gibt dauert doch nicht länger da ist sogar eine im gelände wir werden es dann sehen Freunde ich bedanke mich für euch wieder ganz herzlich fürs zuschauen sage tschüss und bis zum nächsten mal